Der 40 PFL9704H ist ein Full HD LCD TV von Philips. Er hat eine Bilddiagonale von 40 Zoll. Im Gegensatz zur Fernseher mit Leuchtstoffröhren setzt der Philips auf LED Hintergrundbeleuchtung. Die LED Pro Technik kann die LEDs segmentweise ausschalten, um den Bild im Bildkontrast zu erhöhen. Das dynamische Kontrastverhältnis gibt Philips mit 5 Millionen zu 1 an. Das Display soll eine Reaktionszeit von einer Millisekunde besitzen und damit eine hohe Bewegungsschärfe bieten. Damit die Film- und TV-Darstellung nicht das bei LCD-Displays typische leichte Ruckeln aufweist, bietet Philips mit 200 Hz Clear LCD und Perfect Natural Motion zwei Verfahren zur Verbesserung der Bewegungsdarstellung. Die Perfect Pixel HD Engine soll TV-Signale in Standardauflösung in besonders guter Qualität auf Full HD hochskalieren können. Ein DVB-T und ein DVB-C Tuner sind integriert. An wichtigen Schnittstellen sind vorhanden. 5 HDMI, 2 SCAT, 1 VGA und 1 Komponentenanschluss. Für den Zugriff auf spezielle Internetinhalte steht ein Netzwerkanschluss zur Verfügung. Das Gerät ist ohne Fuß, 987 mm breit, 630 mm hoch und 89 mm tief. Es wiegt 19,8 kg.